VINELLA, das Mango-Hähnchen-Rezept. Heute kochen meine Mama und ich etwas ganz Besonderes. Es gibt knusprige Hähnchenflügel mit einer leckeren Mango-Beilage von VINELLA. Mhh, ich freue mich schon drauf. Damit ihr dieses leckere Rezept nachkochen könnt, zeige ich euch jetzt, wie es geht. Also, am Vortag marinieren wir die Hähnchen. Unsere selbstgemachte Marinade bereiten wir aus folgenden Gewürzen zu. Paprikapulver, Cayennepfeffer, Kreuzkümmel, Kümmelsamen, Koriander, gelbe Senfkörner, Kurkummerpulver, schwarze Pfefferkörner, getrockneten Thymian, Oregano, gehackten Ingwer, Knoblauchzehen, Zimtsplitter. Dazu ein bisschen Salz, brauner Rohrzucker und 100 Milliliter Olivenöl. Schwupps und fertig ist die Supermarinade. Jetzt waschen wir die Hähnchen und tupfen sie ordentlich trocken. Schon ist es fast geschafft. Jetzt nur noch die Hähnchen mit der Marinade vermischen und alles mit Klarsichtfolie zugedeckt über Nacht in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag brauchen wir nur noch den Backofen auf 200 Grad vorheizen und die Hähnchen circa 30 Minuten knusprig braten. Mhh, wie das duftet! Alles ist schön angerichtet und jetzt kommt das Beste! Das Mango-Chutney nur von Vinella. Merkt euch das, Vinella, der Kuss vor den Gaumen! Vinella, der Kuss vor den Gaumen!